Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns einmal eine Annahme, ich sage bewusst Annahme, etwas genauer ansehen, die im spirituellen Bereich fast einfach immer ohne Hinterfragen angenommen wird. Und zwar so angenommen wird, als wäre es eine Tatsache. Und zwar meine ich den spirituellen Spruch, Gedanken erschaffen meine Realität. Wir wollen uns heute einmal etwas genauer ansehen, ob das überhaupt so stimmt. Ob es stimmt, dass nur Gedanken meine Realität erschaffen. Oder ob es sich dabei nicht um einen vielleicht sogar bewusst erschaffenen Mythos in der Spiritualität handelt, der uns eigentlich nur in eine Richtung bringt. Und zwar in die Richtung von Abhängigkeit und Ohnmacht. Und dieser Zustand von möglichst vielen Menschen ist sicherlich vom sogenannten System gewollt, dass also viele Menschen sich einfach abhängig und ohnmächtig verhalten. Und wenn ich diesen Spruch, Gedanken erschaffen meine Realität, einfach annehme, ohne mal das zu hinterfragen, etwas genauer hinzusehen, quasi durch die Lupe zu schauen und mir anzuschauen, was da überhaupt im Einzelnen abläuft. Nun, wenn ich das nicht mache und halte mich einfach an diesen Spruch und visualisiere und lege mich schön aufs Bett und stelle mir das alles schön vor, dann werde ich also eins erleben, was Millionen von Menschen weltweit erleben, Frustration. Diese bei unheimlich vielen Menschen entstehende Frustration, die also diesen Spruch, Gedanken erschaffen, Realität, einfach so übernehmen und sich auch daran halten, wird uns im Nachhinein völlig logisch erscheinen. Denn wenn wir uns einmal genauer ansehen, was da genau abläuft, nun, dann werden wir einfach feststellen, dass das nicht funktionieren kann. Und ganz, ganz viele Menschen sind sicherlich mit guter Absicht und auch um eine bessere Welt zu schaffen, jeden Tag im Visualisieren unterwegs und erwarten, dass dadurch eine andere Realität entsteht. Aber so kann das nicht funktionieren. Das können wir uns klar machen, wenn wir uns ganz einfache, banale Beispiele ansehen. Außerdem müsste dann unsere Welt schon ganz, ganz anders aussehen. Denn es gab sicherlich noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo so viele Menschen sich auf diesen scheinbar spirituellen Spruch, Gedanken erschaffen, Realität beziehen und jeden Tag visualisieren und visualisieren und visualisieren. Nehmen wir uns einfach mal zwei ganz banale Beispiele, wo uns sofort schon erschreckend einleuchtend wird, dass das so nicht funktionieren kann. Nehmen wir als erstes Beispiel einfach mal das, was ja viele visualisieren, dass sie gerne reich wären oder von mir aus, dass sie im Lotto gewinnen. Nun, wenn ich davon ausgehe, dass Gedanken meine Realität erschaffen, dann bin ich ganz schnell auf dem falschen Ast, nämlich, dass ich meine, ich brauche mich nur aufs Bett legen und meinen Lottogewinn zu visualisieren und mir schön vorzustellen, wie ich da mit meinem Ferrari durch die Gegend fahre und wie ich ein tolles Haus habe und was weiß der Kuckuck, was jemand mit diesem Reichtum durch einen Lottogewinn verbindet. Ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, wie lange müsste jemand auf dem Bett liegen und visualisieren, sich also schöne Gedanken dazu machen, bis er tatsächlich im Lotto gewinnen würde. Dann wirst du wahrscheinlich schon ahnen, worauf ich hinaus will. Nehmen wir als zweites Beispiel, was vielleicht noch einleuchtender ist, einen Jungen, der gerne Fußballprofi werden will. Und wenn sich dieser Junge jetzt einfach aufs Bett legt und visualisiert und glaubt daran, dass die Gedanken seine Realität erschaffen, dann kann er wahrscheinlich sehr, sehr lange auf seinem Bett liegen und sich in Gedanken vorstellen, wie er ein erfolgreicher Fußballstar ist. Aber eins wird garantiert nicht passieren, dadurch, dass er sich Gedanken dazu macht, dass er tatsächlich einmal ein bekannter und berühmter Fußballer wird. Und zwar egal, wie lange, wie gut und wie intensiv er sich da Gedanken macht und visualisiert. Also Gedanken alleine erschaffen meine Realität nicht, meine erlebte Realität, sondern da gehört noch etwas zu. Und zwar als nächstes kommen wir dann auf die Gefühle zu sprechen. Auch das kennen ja viele, gerade die, die sich mit Affirmationen befasst haben, wie wichtig die Gefühle als weiterer Faktor sind. Es nützt gar nichts, wenn ich da irgendeine Affirmation vor mich hin brabbele, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, und diese Affirmation nicht mit den entsprechenden Gefühlen angereichert ist. Dann bringt das gar nichts. Ich möchte wieder darauf hinweisen, dass jeder die Augen aufmacht und hinsieht. Wenn es wirklich stimmen würde, dass Gedanken die Realität erschaffen würden, dann sehe unsere Welt ganz anders aus. Und auch, wenn die Welt von mir aus auch mit gefühlsbetonten Affirmationen sich verändern würde, auch dann sehe unsere Welt ganz anders aus. Weil ja auch das viele Menschen jeden Tag machen, und zwar mit allerbester Absicht. Aber es fehlt meistens, allermeistens, eins, was unbedingt dazugehört, wenn ich meine Welt und damit auch die gesamte Welt erneuern, verändern will. Und zwar ist das die bewusste Aktion, das Handeln. Wenn ich nicht auch meinen Gedanken und Gefühlen entsprechend handle und aktiv werde, nun, dann kann sich meine Welt auch nicht verändern. Am deutlichsten wird das an diesem kleinen Beispiel mit dem Jungen, der Fußballer werden will. Wenn der sich nur aufs Bett legt und macht sich Gedanken und visualisiert und macht sich von mir aus auch tolle Gefühle dazu und stellt sich vor, wie er mal ein erfolgreicher Fußballer ist, wenn der nicht irgendwann seinen Hintern hochhebt und geht auch zum Fußballtraining, handelt also, wird aktiv, nun, dann kann der nie ein erfolgreicher Fußballer werden. Und das gleiche ist es natürlich bei dem Lottogewinn. Da kann ich auf dem Bett liegen und kann mir ein Lottogewinn visualisieren und kann mich da reinfühlen und kann mich daran freuen, wenn ich nicht irgendwann aufstehe und gehe in die Lottoannahme stelle und fühle auch einen Lottoschein aus, werde also aktiv und handele, nun, dann kann ich auch nicht im Lottogewinn. Auch das geht nicht. Das tatsächliche Handeln in die gewünschte Richtung ist im Grunde der wichtigste Faktor bei der ganzen Realitätsgestaltung. Deshalb wird zum Beispiel bei den herkömmlichen Erfolgstrainings immer davon gesprochen, dass ich innerhalb der ersten 24 Stunden handele, aktiv werde, wenn ich irgendetwas Gewünschtes erreichen will. Da gibt es also den Spruch, wenn ich in den ersten 24 Stunden nicht aktiv werde, dann kann ich es sofort vergessen, weil ich es dann nie realisieren werde. Aber so ist uns bis jetzt schon mal klar geworden, dass es nicht reicht, sich Gedanken zu machen, sondern dass meine Gefühle und gerade mein Handeln da genauso zugehören. Und wenn ich das vernachlässige, dann wird sich gar nichts realisieren. Sicherlich nicht. durch positive Gedenken. Schauen wir uns einmal an, wie unser Leben in der Regel aussieht. Ich habe das einfach mal so hier in Pfeilen dargestellt. Und da müssen wir dann einfach ganz ehrlich zu uns sein und wirklich mal hinschauen, was in unserem Alltag wirklich abläuft. Denn in der Regel ist es ja so, dass jemand da visualisiert und macht sich seine Übungen jeden Tag, von mir aus auch ein, zwei Stunden. Aber wie sehen seine Gefühle und sein Verhalten, sein Handeln sonst im Alltag aus? Entsprechend außerhalb der Visualisierungszeit, sag ich mal, die Gedanken, die Gefühle und das Handeln, also unser Verhalten im Alltag auch unseren gewünschten Dingen in unserem Leben, der Richtung, die wir mit unserem Leben gerne nehmen wollen. Oder sieht es nicht meistens viel eher so aus, wie ich das hier mal so grafisch dargestellt habe? Wenn wir uns vorstellen, dass es sich um die Lenkung der Lebensenergie dreht, wo wir hier drüber reden, dann sieht man schon alleine an dieser kleinen Grafik hier ganz deutlich, dass es im Grunde zu einer Realisierung überhaupt nicht kommen kann, wenn in unserem normalen Alltag, also in unserem konditionierten Verhalten, unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Handeln, also unser Verhalten in unterschiedliche Richtungen geht, also gar nicht in Übereinstimmung ist. Wenn du dir klar machst, dass es sich hierbei um die Lebensenergie handelt, um den Fluss der Lebensenergie, nun, dann wird sofort klar, dass sich gar nichts realisieren kann, wenn das so ist, wie hier in der Grafik. Wenn die Lebensenergie aufgesplittet ist und in verschiedene Richtungen fließt. Denn logischerweise kann die Lebensenergie nur eine neue Realität erschaffen, wenn auch unser Denken, unser Fühlen und vor allem unser Handeln jeden Tag in die gleiche Richtung geht. Und zwar am besten ohne Ausnahme. in der Regel ist es ja so, dass wir zwar die allerbesten Vorsätze haben und gerade auch beim Visualisieren oder bei unseren Übungen ganz tolle Gefühle haben, wenn wir uns aber dann erheben und gehen wieder unserem normalen Alltagsgeschehen nach, dann passiert es ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell, dass wir sofort wieder raus sind und uns wieder nach unseren erlernten, konditionierten Programmen verhalten. Und gerade wenn es um das Handeln, um das Verhalten geht, dann landen wir ganz schnell bei etwas, das die meisten von uns gut kennen, nämlich bei der Angst. Wenn ich mich nach meinen neuen Gedanken, nach meinen neuen Gefühlen, nach meinen Visualisierungen in meinem Alltag auch verhalten will, dann wird das in der Regel völlig ungewohnt für mich sein und natürlich auch für mein Umfeld. Und deshalb scheuen sich eben die meisten davor, auch wirklich konsequent nach ihrem Denken und ihren Gefühlen zu handeln, sondern dann ist es viel leichter, scheinbar leichter, sich aufs Bett zu legen, zu visualisieren und sich daran festzuhalten, dass er die Gedanken, die Realität erschaffen, weil mich das dann davor schützt, scheinbar schützt, vor diesem unangenehmen Umstand, dass ich nämlich aktiv werden muss, dass ich aufstehen muss und handeln muss und zwar in die gewünschte, in die neue Richtung. Handeln und aktiv werden, egal wie ungewohnt sich das für mich anfühlt, egal wie unsicher ich mich dabei fühle, egal was mein Umfeld dazu sagt. Wenn ich nicht ins Handeln komme, dann kann da auch nichts passieren, so wie bei dem Jungen, der Fußballer werden will. Auch das hat übrigens schon Buddha gesagt. meine Zukunft wird das sein, was ich heute denke, fühle und was ich heute tue und das wird oftmals vergessen. Und man kann sich die Unterstützung, die dann manchmal durch das Leben kommt, sag ich mal, ungefähr so vorstellen, als wenn das Leben sagt, na, mal sehen, ob sich der Roland auch danach verhält, was er denkt und was er fühlt, ob er auch danach handelt und in diese Richtung aktiv wird. Und als wenn das Leben dann, wenn ich wirklich aktiv werde und auch handele, sagt, oh, der meint das ja wirklich ernst, dann will ich ihm ein bisschen helfen. Es bildet sich dann, ich sag das mal so bildlich, eine Art Feedback-Schleife zwischen meinem Denken, Fühlen und meinem Handeln, meiner Aktivität in die gleiche Richtung und dem Leben selbst. so wie ein Ping-Pong-Spiel. Dieses Entgegenkommen vom Leben, dass dann auf einmal irgendwelche Zufälle eintreten, die mich unterstützen oder ich irgendwelche Menschen kennenlerne, die kennen auch viele Leute. Wird ja genug in Büchern drüber geschrieben. Aber es wird eben nicht geschrieben, dass es nicht nur durch das Denken kommt, sondern dass das nur passiert, wenn mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln auch in die gewünschte Richtung gehen, in die gleiche Richtung. Und nur, wenn alle drei Faktoren kontinuierlich in meinem Alltag gelebt werden, nur dann kann sich auch meine Realität in die gewünschte Richtung verändern. Ansonsten kann ich lange auf dem Bett visualisieren und warten. Ohne auch wirklich kontinuierlich in die von mir gewünschte Richtung zu handeln, ohne diese Ausrichtung der drei Faktoren, kann sich mein Leben nicht verändern. Wie sollte das auch gehen? Es gibt ja übrigens von einigen Wahrheitssuchern, also ich sage mal von den ganz Großen, einige, die ganz klar sagen, dass das mal ganz bewusst vom System erschaffen wurde, diese Annahme, dass Menschen, spirituelle Menschen glauben, dass es reicht, sich einfach Gedanken zu machen und dass daraus die neue Realität entsteht. Dass also dieser Spruch, Gedanken schaffen Realität, ganz bewusst im spirituellen Bereich eingestreut und ich sage mal salonfähig gemacht wurde. Warum ist klar? Wenn jemand sich nur an diesen Spruch hält und sagt, ich brauche mir ja nur Gedanken zu machen und dann wird sich mein Leben zu ändern, dann geschieht in der Konsequenz eins, Untätigkeit, Untätigkeit und Abhängigkeit und eins kann garantiert nicht geschehen, nämlich eine wirkliche Veränderung und wenn das wirklich so ist, wie das zum Beispiel Marc Pesio in seinen Workshops und Seminaren immer wieder sagt, dass das eben bewusst gemacht wurde, dann kann man sich sofort vor Augen halten, was passiert. Wenn die eine Seite, ich sage mal die dunkle Seite, weiß, dass alle drei Sachen zusammengehören, nämlich Gedanken, Gefühle und Aktivität, dann hat sie mächtig Vorteile gegenüber der hellen Seite, die meint, es reicht, sich einfach Gedanken zu machen und dann zu warten und wenn du mein Echt im Alltag, in der Realität dich umschaust, dann wirst du feststellen, ich sage mal, dass das System oder die dunkle Seite, wie es immer so genannt wird, sehr wohl handelt und ganz aktiv handelt. Ist denn ungefähr so, als wenn die Mächte, ich sage mal, die die neue Weltordnung, also die vielbeschriebene New World Order installieren wollen, sehr wohl wissen, dass die Gedanken, die Gefühle und ihr Handeln, ihre Aktivität in die gleiche Richtung zeigen müssen und auf der anderen Seite haben die, wenn das wirklich so ist, wie der Marc Pesio das gesagt hat, dass das also ganz bewusst in der New Age Bewegung installiert wurde und auf der anderen Seite die helle Seite, die sich also auch eine neue, eine schönere, eine lebenswertere Welt wünscht, im Grunde genommen nur ein Fragment für die Realitätsgestaltung benutzt, nämlich das Denken, weil in der Regel zwei Schritte fehlen und der dritte Schritt, der dritte Faktor, das Handeln, fehlt in der Regel ganz. Dann hat natürlich die helle Seite, ich sage mal, schlechte Karten. Denn nur, wenn das Denken, das Fühlen und das Handeln, alle drei Faktoren gleich wichtig da sind und auch in die gleiche Richtung gehen, nur dann wird auch eine neue Realität erzeugt, dass die dann entsteht. So, ich hoffe, ich habe dir ein klein wenig mehr Klarheit in diesen Umstand gebracht und ich wünsche dir für deine Zukunft von Herzen alles Gute. und ich wünsche dir es, dass die Hoffnung nicht soooo und auch in der der auch in der zu und 과� und die sind und die unf und in der Ich mach Vielen Dank.